Ich habe zwei. Fickt euch. Oh mein Gott, wie geil. Porte mich mal bitte. Kannst du mir einen Dschungelsetz geben? Porte mich mal bitte. Ja klar, da. Aber bei Dödel sind bestimmt auch noch Dschungelsetzlinge. Nein, wir dürfen dich nicht porten. Dschungelsetzlinge sehen anders aus. Doch, das ist ein Dschungelsetzling. Dann hast du einen normalen Seed. Gib mal her, ich zeig's dir. Hast du Bormil? Willi, warte her, ich bin in der Drehung. Ja, was waren die Koordinaten nochmal? Mach mal beide hin. Das ist ein normaler. Koordinaten, Doms. Äh, ja, minus 1000, minus x. Siehst du ein normaler Bauch? Okay. Jetzt bruchte er wieder ewig, um die Koordinaten zu lesen. Minus 980, minus 432. Minus 980, minus 432. Okay. Ja, die machen schon ganz lustige Geräusche, ne? Jo, jo. So, ich muss dich mal kurz Intimistik lauter stellen, weil das geht echt gar nicht. Ich sag ja jetzt mal nicht, wer hier so im Anfang des Let's Plays gesheatet hat. Äh, äh. Oder, Doms? Ich kann immer noch nicht rennen, warum? Komisch. Was, 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 wie bitte, Judith? Wer am Anfang des Let's Plays gesheatet hat. Äh. Hä? Was? Was meinst du? Wir haben am Anfang des Let's Plays gesheatet. Äh. Äh. Oh, mein Husten. Was? Getreideform. Boah, ist ja schlimm jetzt gerade. Hä? Ich hau wieder irgendwelche... Oh, Getreideform. Äh. Alles okay? Getreideform von Doms. Was soll ich denn da bitte gecheatet haben? Keine Ahnung. Könntest du mir das mal erklären? Vielleicht war's ja bei uns. Was? Du weißt es. Was? Du weißt es. Ich weiß nicht, was du meinst, echt. Wo bist du denn jetzt? Sonst wär nicht vor. Ich weiß es nicht. Ich bin an einem Berg. Ich komm hier nicht hoch. Man, der kommt zu minus 980. Also soll ich dann mit dem Haus weiterbauen? Nein. Okay. Achso, die Sachen möchte ich auch nie... Ist du denn reingegangen? Ja. So ein minus 980. Die Sachen möchte ich dann gerne wieder haben. Ja klar, die liegen dort noch. In 5 Minuten bin ich sowieso nicht da. Ja, und? Dann sind sie weg. Nee, die bleiben doch lange liegen, oder? 5 Minuten liegen. Echt? Was? Ist wirklich so. Echt? Ja. Ja, dann würde ich mich mal beeilen. Nee, ich sammle die nicht ein. Keine Angst. Ich werde sie schon nicht einsammeln. Zum Glück habe ich mir im Bett dieses mitgenommen. Kitty. Kitty. Ah! Verdammt! Jetzt habe ich denen zwei Fische gegeben. Mist, ey. Jetzt muss ich wieder Fische farmen. Der wächst echt alt ein Baum. Ja, okay. Ich will es sehen. Oder wo es nichts wird. Mach mal. Ich glaube, ich habe ein Dschungel. Ich glaube, das ist wieder normale. Oh. Lol. Nein, das hast du gar nicht. Ich kann nichts. Egal, ich habe noch drei. Was war das? Minus 980? Ja, und minus 400. Irgendwas. Okay, ich bin schon minus 400. Warte, gleich hast du wieder gleich ganz viele neue. Jetzt habe ich keine Säte. Gleich hast du wieder ein paar. Ich helfe dir. War ja mein Fehler. Okay, wer hat eigentlich das meiste Eisen von uns allen? Ich habe nichts. Okay, ich habe glaube ich vier Stacks. Bein auch nicht. Zu Hause, nicht dabei. Ne, bei nicht. Ich meine zu Hause. Zu Hause habe ich 17 oder so. Okay. Bei hat ich gar keinen. Ja, ich habe so etwa vier Stacks, glaube ich, zu Hause. Dann hat das meiste der Sparic, oder? Der hat, glaube ich, ganz viel. Ja. Ja, glaube schon. Wie viel Schinken kann man mit vier Stacks machen? Du brauchst pro Dings, glaube ich, drei. Ach so, dann brauchen wir auch noch Power Rails. Also Redstone und Gold. Hm. Ist deine Katze jetzt eigentlich noch im Laufmodus? Ne, ne? Ach, Mist. Ne, die sitzen da, da. Du könntest ja auch einen riesen großen... Ähm, deine Sachen sind weg. Ach, vielleicht... Ach, die müssen laufen, wenn die, äh, sich fahren wollen. Ja, glaube ich auch. Habt du das gedacht dein letztes Mal? Ne. Dann bin ich bei mir letztes, kannst du das lassen. Versuch's jetzt mal. Okay. Sonst? Ja, du das? Ähm, mach doch einen riesen Kackstift, äh, bis 256 und baue deine U-Bahn einfach, also eine U-Bahn einfach runter. Dann fährst du auch 256 Blöcke. Bis auf einen Nullpunkt, dann geht's hier wieder hoch. Ah, Katze! Dann spachst du das Polo-Rail. Und, geht's? Ja, es geht. Ha, ich hab ne kleine Babykatze. Ich kann die nicht Sitz machen. Ey, weh, das ist jetzt deine. Probier die mal zu sitzen, bitte. Mach der mal Sitz. Ne, oder? Nee, nicht. Tch, nein! Nein! Ey, verdammt. Oh, Mann! Wie hast denn du das gemacht? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich hab, glaub ich, erst deinen, dann meiner was gegeben und dann... Oder welcher hast du jetzt zuerst gegeben? Ich hab zuerst deiner was gegeben. Das war Fail. Was denn? Er hat doch zuerst auch meiner was gegeben, als er seine gepaart hat. Naja, egal. Ja. Wie sehen die bei dir alle aus? Bei mir sehen sie alle schwarz-weiß aus. Meine ist schöner. Ich hab so ne orangen Samskatze. Alle vier? Ja, alle drei. Achso, drei. Bei mir sind auch deine Orangen und meine drei schwarz-weiß. Also 900, minus 900? Minus 900, minus 400, irgendwas. Und wie steh ich auf einem Fleck und kann mich nicht bewegen? Okay. Okay. Minus 960 bin ich. Ja. Bin in der Wüste. Ja, dann bist du ganz in der Nähe. Jetzt geh ich in den 300er-Bereich. Jetzt geh ich von 300 runter in den Minus-Bereich bei Z. Ich kann gerade nicht leben. Und ich bin gleich tot. Na dann. Achso, ja, deine Sachen sind alle weg, ne? Hab ich schon gesagt? Ja. Ja. Wurst. Okay. Wenn hier nicht geportet wird. Sag mal. Halbes Leben. Och, das ist ein Creeper. Cool. Ich mein, ich kann doch nicht porten. Das wär doch Cheaten. Na, oh, ey. Das ist, guck mal, wie weit das weg ist. Du, boah, ich cheat jetzt sonst immer. Willst du gucken, wie ich in den großen Baum zu machen? Was redest du? Ich cheate doch nicht. Ich hab mir ja nicht mal mehr ein Bett zu Hause. Ja, okay. Dann port ich dich halt, okay? Warte. Ja, dich auch, Janek. Ich muss jetzt mal Sachen mitnehmen. Letztes Mal standst du auf deinem Maumenhaus, als Janek runtergefallen ist, oder? Du, Litt. Ja, warte, ich muss jetzt mal Sachen mitnehmen. Ja, weil letztes Mal standst du auf dem Baumhaus, als Janek geportet wurde, oder? Weiß nicht. Ja, ich bin nämlich vom Baum runtergefallen. Okay, hast du es überlebt? Ach, Mist. Ja. Okay. Warte. Endlich bin ich mal oben. Ich bleib liegen oben. Okay. Nicht, dass ich irgendwie wieder töten darf, nicht irgendwas. Wow, okay. Du hast da hoch. Du hast fast gedrückt. Wow, okay. Der ist hoch. Ja, versuch hier mal hochgekommen. Das ist das Problem. Ich werde jetzt auch mal einen Baum. Oh, Katzen. Meine. Diese kleine Babykatze. Das sind alles meine. Also eine von den Babys sind meine. Sag Bescheid, wenn du teleportiert werden kannst, Dörlitz. Ja, mach. Okay. Und sag mir bitte Bescheid, wenn ihr noch Ocelots seht. Jojo. Ich mach mir jetzt mal ein Bett. Mann, ey. Oder soll ich nochmal probieren, meine Mitzeins zu kommen? Schlecht, dass wir dann immer hier ist, Mann? Hm. Wäre ganz cool. Hat jetzt eigentlich einer von euch einen Ofen, weil ich hab ne Menge Fleisch? Äh, nö. Okay. In meiner Bude steht jetzt einer. Gut. Achso, ich hab aber keine Kohle. Mist. Hab ich auch bei 13 Stück. Ah, okay. Und ich hab zwölf Fleisch. Ja, in meiner Bude, wie gesagt. Hm. Okay, dann müssen wir uns das mal überlegen, wie wir das mit der Bahnstrecke machen. Ich überlege auch. Dann müsst ihr einen Trails aus dem Dings Minenschaft holen. Ja. Ey, Janik. Ich bin nur kurz stehen geblieben, um was zu gucken. Ah, Öfen. Ist auch noch was dabei. Möchtest du es mal in den Ofen an? Hat er irgendeine Kohle? Jojo. Ja, tschuldigung, wie sieht's. Ich hab nen Apfel. Kohle ist drin. Okay. Ja, ich komm gleich hoch, wenn Janik weg ist. Ich bin schon weg. Hat er irgendwann ne Schere? Ja, hab ich auch frei. Ne, doch nicht. Ich mach mir hier meinen Baum direkt neben deinem, okay? Oder kann man den aus oder sowas? Oder kann man den fällen? Ne. Dann, haus, 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 haus. Ich fällen. Was? Da ist mein Haus drauf, ja. Achso, okay. Dann versuch ich mal nicht zu sterben. Wo, 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 wo jemand neben dir? Ach da. Der Küper traut sich zum Glück nicht ran, weil ich überall Katzen sind. Das wird mein Haus. Was? Du baust dein Haus unter der Erde? Nein, ich farm nur durch, damit ich meinen Baum höher als euren machen kann. Du kannst Baum auf Baum setzen, kann man eigentlich machen. Ja, aber ich hab nicht so viele Zapplings. Ja, okay. Hey, nehm nicht meinen Dirt. Mein Dirt. Oh mein Gott, was macht der Creeper hier? Der Creeper? Oh, ich... Nicht den Creeper. Er ist hier. Okay, ich hab einen Bogen dabei. Er glitscht am Baum. Ja, ich mach ihn tot. Ah nee, hier sind die Katzen, das ist echt sehr gefährlich. Ich will... Ey! Wer war das? Ich hab auf den Creeper geschossen. Wer war das? Permafrost oder... Ja, ne Dürrlidone. Ich... Ich hab auf den Creeper geschossen. Okay. Mit zwei Leben überlebt. B-Jell? Ja? Du bist... Dein Fläsch ist fertig. Dein Fläsch ist fertig. Ich bin im Wald. Ja, dann bleibst du ständig sich. Also dafür mach ich meinen Baum jetzt deutlich höher als deinen. Boah, ist ja auch so schlimm jetzt. Ja. Ist es. Hat jemand eigentlich meine Sachen vorhin eingesammelt? Nein. Bitte. Jetzt hab ich wieder alle drei eingesammelt. Bitte. Danke. Wir leiden, kackt. Jetzt hat die Permafrost alle eingesammelt. Ich glaub, das wird nichts. Ey, wo ist meine Katze? Da ist jetzt gleich. Verkauft bei Ebay. Eich. Gott, ey. So, die Katzen stehen jetzt. Ich sammel die mal wieder zusammen. Er atmet denn da so. Oh, dumm's. Was ist? Ja, du musst nicht da so tun, als ob du an so einem Inhaliergerät hängst. Was? Ich war's grad verlaut. Ja. Lol. Gleich könnt ihr sehen und staunen. Verdammt, wie komm ich jetzt wieder runter? Ah. Dreck. Springt. Warum regnet es hier eigentlich nonstop? Ah. So viel dazu. Okay. Glück oder Zufall. Was schickst du? Okay. Okay.